hallo und herzlich willkommen zur 21 folge von alien isolation ja der kompressionszylinder für den fahrstuhl wir haben ihn hier direkt vor uns und ich wette irgendwas passieren noch außer fiese musik haben hier auch noch ein paar sächlein gefunden gehabt was war denn das grafikfehler deswegen waren ja gerade in dem ding drin interessant gut 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 also ein bisschen stuff haben wir gefunden das problem was ich jetzt nur sehe das alien ist ja die ganze zeit schon hier im rumbuch stillen also wenn wir jetzt noch mal fix speichern und dann da kommen wir immer noch nicht rein ärgerlich wenn ihr wirklich überall noch mal hinkommt kann man das eigentlich nicht vorstellen der fahrstuhl wo war denn der überhaupt moment war er nicht auf der anderen seite da hinten war was ist da was ist da doch wo ist denn das genau das ist jetzt hier das ist hier warum zeigt das also was an hier ja ach was ist denn jetzt passiert hä dickes fragezeichen was ist da jetzt passiert jetzt spielt der sound schon wieder rum also im moment ne ach wir haben den strom abgestellt ja aber das hätten wir doch naja wäre jetzt auch nicht mehr so wichtig gewesen wobei vielleicht ich glaube es ist zwar nicht ne naja gut können wir ja trotzdem nochmal speichern scheiß drauf ich wäre nochmal eigentlich sehr verbunden wenn der sound nochmal vernünftig sich einbödeln würde ich weiß nicht was das im moment ist aber irgendwie schaltet der im windows das im moment nicht richtig um genau da mussten wir lang die tüten sind immer noch da ist das hier überhaupt richtig blöde Mistvieh blöde laufen wir jetzt richtig äh aber irgendwas ist hier noch ach guck mal schau mal an kann man ja glatt nochmal speichern das sollten wir uns nicht entgehen lassen das sieht eigentlich ganz gut aus ein Atenol oder Atenol oh das sieht gut aus den können wir auf jeden Fall glaube ich benutzen ohne uns da irgendwas ja perfekt kaputt zu machen mit der Rohrbomber der geborene Ingenieur der Ingenieur so so wie war das noch dieser blöde Spruch für den Ingenieur ist nichts zu schwören ok jetzt dürfen wir nicht mehr speichern Spannerei das war doch nicht hier hm das war doch nicht hier egal gucken wir nochmal ne war doch war es doch Moment jetzt bin ich gerade total verwirrt hier kann man einmal komplett rum ja ja äh 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 ganz hoff da unten äh 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 wechseln sie die Komponente am Fahrstuhl aus äh überhaupt nicht gesund oh 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 jetzt dürfen wir wieder speichern hatten wir eben schon gespeichert ich habe keine Ahnung mehr ich glaube schon noch hm wäre auch nicht schaden kann ja nicht schaden ich werde auf jeden Fall jetzt nicht da runter gehen das das weiß ich auf jeden Fall schon mal das hier mit dem Fahrstuhl ne ok wieso ist denn das jetzt ok vielleicht sollte man nicht laufen da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet scheiße muss ich ja mal sagen da habe ich nicht mit gerechnet das musste wahrscheinlich geschehen aber das war deine Idee nicht meine vielleicht hätte man nicht so achtlos hier lang laufen sollen o beror Moscow eh gerade über einen war aber war wirklich ein bisschen unglück geb ich zu also nochmal in die Richtung hier hm 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 ne ist diesmal nicht da Also jetzt habe ich mich wirklich gerade verjagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich gerade nicht mit gerechnet. So, jetzt bin ich aber echt verwirrt. Der Fahrstuhl ist wirklich da oben irgendwo. Hier war wirklich nur das Lager. Hm, nun gut. Hm, Taschenrichter? Hm, hm, hm. Wie war denn das mit dem Fahrstuhl? Hm. Naja, wir werden das Ding schon noch finden. Irgendwo muss er ja sein. Tö, 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 tö. Wo ist denn jetzt wieder mit den Zaun? Das scheint irgendwie immer nur noch am Anfang zu sein. Hm. Komischer Pack. Ganz komischer Pack. Ähm, ja. Haben sie uns fast tot gemacht. Jetzt habt ihr euch aber eventuell ein anderes Problem zugezogen. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja mal gespannt. Sind wir bald mal fertig? Dann kommt's gleich außer Ecke, ne? Schweinerei. Jetzt hört man Geräusche in den Lüftungsschächten. Hm. Die höre ich schon die ganze Zeit. Tö, 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 tö. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Warte, was? Ich weiß ja nicht, was du meinst. Meintest du etwa uns? Sind wir doch wieder hier, also irgendwie. Zeigst du mir jetzt mal bitte den richtigen Raum an? Was soll denn der Scheiß? Da sind wir doch letzten Endes. Ne. Hä? Das Ding verwirrt mich. Was ist denn der Spacken? Da sind zwei direkt auf dem Haufen. Hm. Könnte man doch einfach mal, spaßeshalber. Oh, oh. War vielleicht nicht ganz so schlau. Schnappi, schnappi. Was hat das jetzt vor? Schön, wenn es sich mal verziehen würde. Und ich auch noch näherkomme. Was ist denn der Spacken? Machst du dich jetzt vor dem Acker? Hm. Hm. Jetzt. Tschüss. 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 Fein, fein. Jetzt können wir uns hier einfach mal umschauen. Wo? Wo? Oben? Oben. Oben. Das finde ich gut. Hm. Einer fehlt noch. Wir sind hier nicht. Katze und Maus spielen. Oh, fuck. Bist du weg? Oh. Oh, oh. Problem. Großes Problem. Großes Problem. Oh. Weg hier. Einfach weg hier. Scheiße. Ähm. Das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Jetzt haben wir die Typen zwar ausgeschaltet. Das Alien am Arsch. Aber im Endeffekt haben wir jetzt nichts gewonnen. Oh. Und alles nur, weil ich nicht mehr was für das Scheiß-Fahrstuhl war. Scheiße. Oder hier? Kommt man auf jeden Fall hoch. Hm. Wo war denn der? Ich bin verwirrt. Kann mir jemand mal verraten, wo der war? Gerade hilft mir nämlich im Moment nicht. Ich bin gerade zu blöd. Das zu checken. Hm. Da irgendwo. Da waren wir aber nicht mal. Hä? Kann man denn da hin? Verwirrung. Lass mich rein da. Kann man dann runter? Da könnte man dann einmal rumgehen? Oder ist das Alien? Nee. Ich bin jetzt echt verwirrt. Hier ging's da hin. Und da kam man nur einmal durch. Also jetzt bin ich echt verwirrt. Hm. Zu blöden Fahrstuhl zu finden. Ernsthaft? Hm. Muss doch hier irgendwo sein. Echt so doof, den Fahrstuhl zu finden. Da haben wir nochmal Schrott. Ja. Wir haben ein bisschen was davon. Wo ging's hier jetzt genau hin? Hier waren nur die Sammlungen. Genauso wie hier. Moment. Da hinten war... Oder? Das kann sein. Nee. Hier war er auch nicht. Moment. Das Bindemittel noch. Hm. Na gut. Machen wir nochmal den hier. Schaden kann's nicht. Ah, ich bin gerade echt zu blöd, den Fahrstuhl zu finden. Ernsthaft? Da durch. Gerade durch. Und dann um die Ecke. Warte noch. Und dann eine Tür übersehen. Ernsthaft? Ich mein gut, okay. Schaden wird's jetzt auch nicht. Da wir ja hier noch ein bisschen Stuff gefunden haben. Stiftstoffstoff. Ist eigentlich hier. Ich hab auch noch gar nicht geschaut. Hm. Nicht. Oh. Moment. Hm. Und dann gerade durch. Warte da am Ende. Also wenn ja, dann... Ach. Kann man so doof sein. Naja. Wir haben... Einer fehlt irgendwie. Ah. Ne. Keine Ahnung. Einer fehlt. So. Machen wir nochmal den Speicher alles. So. Und. Zack. Oh no. Das ist laut. Das ist sehr laut. Die Leine hier. Bitte weg. Dankeschön. Wo geht's jetzt hin. Ne. Setzen wir uns mal. Öp. Hm. Hm. Was haben wir denn hier? Einfach nochmal einen Speicherpunkt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja. Gut. Das war schon. Oh. Was ist das da jetzt? Jetzt hat das gerade verpieselt. Einen mitgenommen und verpieselt. Interessant. Naja. Mit dem Anblick würde ich dann sagen, sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.